Hallo, in diesem Video möchte ich euch helfen, vegetarische Mischung und hausgemachte Säfte für eure Kinder zu bereiten. Verzehrt mir die Fehler und schreibt mir bitte darunter eure Vorschläge, um meine Sprache zu verbessern. Ich möchte euch einen Leitempfaden geben, damit eure Kinder mehr Obst und Gemüse essen. Und damit lernt man hier auch selbst und eure Kinder zu achten. Ich verwende einen Säfte, Essenzia, in meinem Video, der mit einer geringen Geschwindigkeit arbeitet. Aber Achtung! Es ist kein Mixer und auch kein normaler Säfte. Die Milch, die ich heute zubereite, besteht aus Hasselnüsse und Rohkakao- und Kokosblütenzucker, der niedrigere Blutzucker beeinhalten. Eine vegetarische Milch, die voll mit gesundem Fettsauer ist, die auch Menschen mit Lactoseintoleranz trinken können. Hier ist die Anleitung. Legt die Asselnüsse am Abend zuvor in kaltes Wasser an. Holt auch einen guten biologischen Kakao- und Kokosblütenzucker oder Natursreis. Nächster Tag füllt die Nüsse in den Insafter mit geringer Geschwindigkeit. Am Anfang stellt Essentia, die Insafter, auf niedrige Stufe ein und gebt frisches Wasser hinzu. Ihr haltet eine grössertige vegetarische Milch mit gesunden Fettsauern mit hervorrangenden Mineralien. Fugt ins Glas oder in die Tasse eine Esslöffel Kakao und einen Esslöffel Kokosblütenzucker hinzu. Serviert es gleich mit einem Strohhalm oder in einem Glas. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man den Insafter für einen Erdbeersaft und rote Betensaft verwendet. Dankeschön!